Was geht ab, Bratanz und Zestras? Dies OL Straßencocktail ist heute rausgekommen. Ich bin heute im Release-Store. 36.30, Frankfurt am Main. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr euch fragt, wo ich meine ganzen Alpha-Jacken herbekomme für die ganzen Videoclips, diese ganzen Baba-Jacken, weil ich sehe immer in den Kommentaren, ihr fragt immer, wo ist das? Das ist genau hier in Frankfurt, Frankfurt am Main. Also wenn ihr diese Jacken habt von OL, wenn ihr die haben wollt, und ihr fragt, wo gibt's die und so? Er trägt Baba-Jacken, wo ist diese gelbe, diese schwarze? Das ist alles hier in dem Laden, kommt alle vorbei. Die sind böse, böse Jacken. Ich hab jetzt schon meine Winterjacke ausgesucht. Und wenn ihr dem Trend mit herlaufen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall hier zum Release-Shop. 36, Frankfurt am Main. Ihr wisst Bescheid, Oleg Sech. Eieieiei.